Einen ordentlichen Drop nach unten haben die Märkte gesehen. Hier der Nasdaq. Ich gehe mal auf den 5-Minuten-Chart. Wir sehen, dass wir schubmäßig nach unten uns durchgesetzt haben und zwar ziemlich genau um 14.30 Uhr und ihr wisst natürlich woran das liegt. Es ist der erste Freitag im Monat. Da gibt es die US-Arbeitsmarkte, die sogenannten Non-Farm-Payrolls. Das sehen wir hier. Das sind die neuen Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft. Die sind deutlich gestiegen. 528.250, also die Hälfte ungefähr, war nur erwartet worden. 400 waren es zuvor. Also kräftiger Anstieg hier und die Arbeitslosenquote, die liegt bei 3,5 Prozent erwartet waren und verändert 3,6 Prozent. Das da unten drunter nicht irritieren lassen, das ist für Kanada, machen wir uns nichts vor, tolle Daten, aber für uns nicht ganz so relevant wie für den amerikanischen Rahmen hier jetzt, was die Märkte angeht. Also insofern gab es da wichtige Daten. Grund genug, um solche Daten, ihr seht, solche schnellen Bewegungen können passieren, nicht zu handeln oder nur eingeschränkt zu handeln oder aber in dem vollen Bewusstsein, dass es solche heftigen Bewegungen gibt und diese häufig sich nicht sinnvoll umsetzen lassen. Deshalb bin ich ein großer Freund davon, im Kurzzeitigen, kurz vorher nicht unbedingt zu handeln, sondern erst dann die Reaktion da drauf. So, Reaktion da drauf. Ja, was haben wir denn jetzt für eine Reaktion da drauf zu erwarten, nachdem der Kurs jetzt so runtergegangen ist? Zunächst nochmal ganz kurz, wir hatten gestern ja mal über das Thema Stop nachziehen so ein bisschen gesprochen, zum Beispiel, das ist jetzt hier nicht, dass das zwangsweise die beste Variante ist, so ein super Trend. Einfach, dass man sagt, okay, solange der Kurs läuft, ist alles gut, wenn der dann umdreht, dann fliegt man da halt raus und das Ganze durchaus unter Umständen sogar gerne. So, jetzt haben wir einen deutlichen Rücksetzer gehabt, zumindest im 5-Minuten-Chart sieht der heftig aus, übergeordnet, zum Beispiel im 4-Stunden-Chart ist es eigentlich immer noch ein Non-Event. Guckt mal hier, wir hatten so einen Rücksetzer, wir hatten so einen Rücksetzer, wir hatten so einen und das Kleine hier, das wirft jetzt den Bullen noch nicht notwendigerweise komplett aus dem Sattel. Also, wir haben noch nicht zwangsweise jetzt das Ende dieses Anstiegs, allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind schon ein gutes Stück gestiegen. Ein Rücksetzer täte der Sache gut und ich würde mich nicht mal wundern, wenn man jetzt sagt, Mensch, jetzt haben wir die Daten raus, jetzt haben wir so einen starken Anstieg, Wochenende steht auch noch bevor. Komm, wir schließen einfach mal einen Teil der Position, dann haben wir über Wochenende auch kein Risiko, freuen uns über die Gewinne, die wir bis dahin hatten und können dann Montag ganz frisch wieder anfangen. Denn es gibt durchaus Einflussfaktoren, die im Moment noch zusätzlich in den Markt reinkommen, nämlich die Aktivitäten gerade mit scharfen Waffen zu trainieren seitens der Chinesen in Angelegenheit der Taiwan-Frage, denn durch Nancy Pelosi's Besuch in Taiwan fühlen sich die Chinesen nicht richtig wahrgenommen und drohen hier und keiner weiß so richtig, wohin die Eskalation dort geht. Es sind auch Raketen sogar auf japanisches Gebiet gefallen, auf das Gebiet der japanischen Wirtschaftszone, wenn man so will, sprich irgendwo vor Ort ins Wasser, aber eben im japanischen Bereich, keine Sorge, da ist jetzt nicht jetzt imminente Kriegsgefahr da, aber es zeigt schon, dass die Chinesen sich das nicht gefallen lassen und wenn es da zu Provokationen kommt, gegebenenfalls auch aktiv sind. Und ein Grund mehr vielleicht, die über das Wochenende anhaltenden Übungen erstmal abzuwarten und Gewinne mitzunehmen, was man hat, das hat man erstmal, das mag eine kleine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass dieses geopolitische Szenario dort so relevant ist für die Märkte, aber ich könnte mir vorstellen, im Umfeld dessen, was wir jetzt gerade sehen, mag das eine gewisse Rolle mitspielen. So, jetzt glaube ich, den Satz, den habe ich weggehustet hier, deshalb den letzten Satz nochmal oder den letzten Ton nochmal. Also, wir haben jetzt den Rücksetzer hier, relativ starke Bewegung. Was ist jetzt also für heute Nachmittag eigentlich für uns zum Beispiel auf dem Plan? Naja, jetzt haben wir doch eine Vorgabe bekommen und die Vorgabe ist sehr steil. Ihr wisst, ich liebe steile Bewegungen, dabei ist mir die Richtung völlig egal, in diesem Fall ist sie offensichtlich abwärts. Das heißt, wenn wir als nächstes mal eine wackelige Gegenbewegung bekämen, würde ich sagen, steil hat mir ganz gut gefallen, da geht noch mehr. Also, das wäre ein Anzeichen dafür, dass da noch mehr nach unten eben kommen kann. Ihr seht, das hat sogar so eine leichte Fünffälligkeit, wenn es dann so kommt, was sowieso immer ganz gerne gesehen wird, diese Fünffälligkeiten. Die Alternative dazu ist ein Dreiweller. So, und damit ist nichts mit wackelig nach oben, sondern Schub nach oben und anschließend wackelig nach unten. Und das ist etwas, wo viele sich schwer tun, weil sie sagen, nee, Rüdiger, das hast du falsch verstanden. Ich möchte, wenn es long geht, hier long gehen, am tiefsten Punkt idealerweise. Also, vielleicht sogar schon da und nicht erst irgendwo später. Das ist natürlich ein freumer Wunsch. Man möchte natürlich immer am aller, aller, aller tiefsten Punkt kaufen und am höchsten idealerweise verkaufen. Die Praxis sagt, ist schwierig bis nicht möglich, zumindest mal nicht dauerhaft und permanent. Deshalb meine Idee für heute Nachmittag ist, nehmen wir mal an, wir kriegen eine starke Aufwärtsbewegung. Also nicht wackelig, wie ich es eben gezeichnet habe. Und anschließend kommt der Kurs aber schwach runter, irgendwie sowas in der Art. Dann würde ich es sogar kaufen und sagen, guck mal, hier hat er seine Pause gehabt. Hat er sich doch verdient hier irgendwie sowas. Hat er Pause gemacht und ab jetzt können wir vielleicht sogar neue Hochs dann nochmal ansteuern. Würde ich mich zu breit schlagen lassen, wenn er diese Seite stark zeigt und diese Seite schwach. Das kann durchaus im Laufe des Nachmittages passieren. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kurs, wenn er mal stark runterkommt, relativ stark auch wieder antwortet und dann die Gegenrichtung wieder aufnimmt. Aber, und das ist jetzt das Spannende und das Wichtige aus meiner Sicht, weshalb ich kein Freund bin, hier einfach sofort loszuschlagen. Ja, wird ja schon, muss ja drehen. Wenn die Bewegung nach oben dreiwellig oder mehrfach wackelig ist, also mit Kursüberschneidung ist sozusagen. Also die Schwächere, ich denke mal, hier muss man nicht für studiert zu haben, was für ein Deutsch. Aber muss man nicht studiert haben hier, um zu erkennen, dass die Seite wohl schwächer ist, so wie ich sie jetzt hier angenommenerweise gezeichnet habe, als diese Abwärtsseite. Das heißt, wir hätten dann wiederum Trigger auf der Short-Seite, um dann gegebenenfalls die starke Abwärtsseite nochmal wieder aufzunehmen. Also, mitnichten gehe ich davon aus, dass der Kurs jetzt sofort drehen muss. Da ist ein großes Fragezeichen, das weiß ich nicht. Es ist denkbar, dann kriegen wir aber ja wieder eine relativ starke Seite, wackelig nach unten und damit eben die Kaufgelegenheiten schlechthin. Das würde ich aber unbedingt mir zeigen lassen von den anderen Marktteilnehmern. Die wollen doch auch mein Geld. Dann sollen sie mir auch zeigen, dass sie mir ein attraktives Szenario gerade bieten und nicht einfach hier reinkaufen in den Markt. Wir haben tatsächlich so ein bisschen Unterstützung jetzt aktuell. Bitte geht nicht zwangsweise aus, dass der Kurs da nicht durchfallen kann, aber wir hatten hier das Zwischenhoch 13.114 ungefähr beim Future. Nasdaq 100 Future ist das genau genommen. Da sehen wir, hier haben wir eine Unterstützung. Also, die Chance für so eine Wende, die ich eben im 5-Minuten-Chart gezeigt habe, ist gar nicht so schlecht. Aber er soll sie auch gefälligst tun. Ich will sie auch sehen. Also, noch keine Panik. Der Rücksetzer, das ist alles noch eine Größenordnung, wo man sagt, ja komm, stell die nicht an. Ja, das ist noch völlig in Ordnung. Entscheidend ist allerdings, ob der Markt diesen Dreh tatsächlich schafft und ob er das mit Stärke schafft und wackerlich nach unten. Ihr seht, das Prinzip ist natürlich relativ einfach. Das betrifft natürlich nicht nur den Nasdaq, sondern gleichermaßen auch die anderen Indizes, beispielsweise der S&P 500, der ebenfalls hier deutlich nach unten gekommen ist. Gleiche Grobüberlegung gilt natürlich auch hier. Also, gehen wir mal weg vom 1-Minuten-Chart. So pingelig müssen wir da nicht sein. Aber auch hier sind wir diese starke Abwärtsbewegung runtergelaufen. Allerdings Unterstützung fehlt hier noch so ein bisschen. Also, so richtig deutlich sehe ich sie da nicht. Also, insofern würde ich es mich nicht wundern, wenn mindestens mal der S&P 500 hier auch als Future noch mal ein wenig tiefer geht. Also, wenn er die 4080 in etwa sähe, wäre das weder von der Größe noch von den Levels irgendwie besonders auffällig negativ. Sondern eine ganz normale, einfache Reaktion einfach auf die Marktbewegung. Ich würde mich da dran halten heute, ganz besonders daran halten. Eigentlich ist das ja etwas, was wir immer so machen. Aber, wenn der Markt irgendwie sowas macht, kein gutes Zeichen für Bullish. Dann die Short-Seite, wenn er nach unten triggert. Das ist, glaube ich, ein ganz sinnvoller Ansatz. Dow Jones natürlich nahezu ähnlich. Hier vielleicht noch mal ein bisschen auffällig, dass wir, man sieht es hier im 4-Stunden-Chart, dass wir hier im Moment fallende Hochs haben. Dementsprechend wäre hier vielleicht sogar noch mal so die Tiefseite auch hier zu sehen. Vielleicht haben wir dann auch noch mal hier so die Zwischenhochs. Also, ihr seht, irgendwo zwischen 32.200 und vielleicht 32.300. Irgendwo da würde ich mich gar nicht wundern, wenn der Kurs noch mal hingeht. Es wäre auch dann immer noch nur so ein Korrektivmuster erst mal. Hatten wir hier ja auch schon mal sowas in der Richtung hier. Also, warum nicht? Und dann kann der Kurs da, also ungefähr in dem Umfeld 32.200 bis 300, sich überlegen, ob er dann tatsächlich die Wende noch mal will und sagt, na, alles nicht so schlimm, wir gehen noch mal nach oben. Vorher, weiß ich nicht genau, sehe ich zumindest mal keine Unterstützung. Müsste der Markt aus der Hüfte geschossen die Wende schaffen? Im Moment sehe ich es nicht. Es sähe ungefähr so aus, wie ich es ja eben auch angedeutet hatte. Dann Korrektiv runter und dann geht er vielleicht schon vorher hoch. Ansonsten, diese Zone finde ich da nicht ganz uninteressant für eine Unterstützung und ich würde nicht blindlings in den Markt reinkaufen. Aber das würde ich sowieso nie großartig empfehlen. Der DAX, vielleicht auch noch mal interessant, im 4-Stunden-Chart erst noch mal zu gucken. Wir hatten ja unsere Zone erreicht. Wir sind ja sogar noch ein bisschen drüber hinausgegangen und für die Kerzenfreunde haben wir sogar noch sowas wie eine Wendekerze, einen sogenannten Shooting Star hatten wir. Ihr seht sowas hier, das ist häufig an so Wendestellen. Also, wenn der Markt von unten nach oben gekommen ist, dann ist das häufig so der Dreh in die andere Richtung. Häufig ist das richtige Stichwort. Ihr habt da auch noch mal so ein Anzeichen, wenn auch ganz knapp hier noch mal das alte Hoch hier noch mal angegriffen. Aber Tails generell auf der Oberseite sind immer eigentlich ganz gut für eine Andeutung für einen Dreh. Vorsichtig, das ist kein Beweis für einen Dreh, aber wenn ihr feststellt, dass ihr Tails auf einer Seite habt, ist das häufig so dieses Auslaufen dieser Richtung. Es würde mich also nicht wundern und das, was ich hier gestern als Box und als Kiste gezeichnet habe, nämlich die Erwartungshaltung, dass wir doch so einen Rücksatz da sowieso gut vertragen könnten, auch im Rahmen eines bullischen Bildes, wäre so ein Rücksetzer überhaupt kein Drama. Anschließend könnte es ja weiter hochgehen, aber ihr seht schon, so meine Zwischenpause täte dem Markt ganz gut. Warum nicht jetzt heute, wenn der Markt eh schon ein bisschen Schwäche zeigt und dann anschließend nach diesem Rücksetzer, dann mit vereinter Kraft wieder nach oben. Also das würde mich nicht wundern, wer also jetzt Bullish ist und sagt, ich möchte sowas nicht aussitzen müssen, der sollte auf jeden Fall die Stops ein bisschen enger ziehen und sagen, dann nehme ich halt mit, was ich bis dahin noch gekriegt habe und dann schauen wir mal einfach weiter, wie es da aussieht. Auch hier gibt es allerdings noch eine latente Chance für Bullish, wenn auch das Wochenende ja schon drohend bevorsteht beim DAX. Aber irgendwie sowas in der Richtung könnte natürlich nochmal für eine Fortsetzung der Long-Seite, aber dann müssten auch so diese Zwischenhochs hier gerissen werden. Beim Index ist das ungefähr 13.690 in etwa. Das sind die Hochs von, was ist das? Ja, später Vormittag, Mittag, so ungefähr hier in Deutschland. Da kann man ungefähr sehen, an der Stelle hätten wir dann einen möglichen Trigger nochmal für die Long-Seite. Es wäre aber eine Fortsetzung, denn der Markt ist ja schon ein gutes Stück gelaufen und eine Pause, wie gesagt, täte ihm eigentlich ganz gut. So, ich gönne euch jetzt eine Pause von mir, wünsche euch allerdings, dass ihr am Markt noch wenig Pause machen müsst, sondern ein bisschen Spaß habt, vor allen Dingen auch Erfolg. Das würde ich mir wünschen vor dem Wochenende. Ansonsten ein erholsames solches und nächste Woche spätestens, wenn nicht, noch irgendwann mal zwischendurch sehen und hören wir uns ja vielleicht schon wieder. Bis dahin, euch alles Gute.